Hallo meine Lieben, ich bin SowieThomas aka Sparkojote. Heute zeige ich euch die Einnahmen vom YouTube-Kanal, respektive die Werbeeinnahmen, die ich über den YouTube-Kanal eingenommen habe, also über Google AdSense. Und wir werden uns so ein bisschen einfach auch die Kanal-Statistiken anschauen. Ich werde da direkt einfach ins Analytics-Dashboard von YouTube reingehen und euch ohne großes Drumherum einfach zeigen, wie es so auf diesem Kanal läuft, dass ihr da auch so ein bisschen seht, hey, der Thomas, bei dem läuft der Kanal so, so sehen die Statistiken aus und dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel selber YouTube macht oder es euch einfach interessiert, auch so ein bisschen die Einblicke reinbekommen, wie das im Dashboard dann einfach aussehen kann oder könnte. Ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist definitiv was, das könnte dem einen oder anderen helfen oder einfach so ein bisschen das Interesse von gewissen Leuten stillen. Bevor wir aber jetzt direkt loslegen, würde ich mich super freuen, meldet dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft dem Video und auch dem Kanal, um das ganze Video auch so ein bisschen an die Leute zu bringen. Also legen wir direkt los. Ich habe hier schon den Screen Capture ready. Das ist jetzt so die Dashboard-Übersicht. Hier haben wir im neuen YouTube-Studio auch so eine neue Ansicht, die man hier sieht. Ich habe jetzt hier, ich erkläre euch das einfach mal so ein bisschen insgesamt. Ja, so für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen mit YouTube. Hier auf der rechten Seite hat man so die Echtzeitdaten, also sprich, wie viele Abonnenten im Moment gerade da sind auf dem Kanal, wie viele Aufrufe in den letzten 48 Stunden gemacht worden sind. Also knapp 5000 ungefähr in den letzten 48 Stunden. Dann sieht man, welche Videos am besten performt haben. Hier, das ist relativ neu, das gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Dein Kanal kommt richtig gut an. Dein Kanal hat in den letzten 28 Tagen 70.000 Aufrufe erhalten. Das sind mehr als die 40 bis 50 Tausend, die ich sonst mache. Das lag halt auch am Dezember, weil ich da jeden Tag ein Video gemacht habe. Und ihr seht da auch so ein bisschen, dass es halt dir dann anzeigt, okay, ich hatte jetzt im Vergleich, weil hier letzte 28 Tage, ich hatte jetzt 20.000 mehr als gewöhnlich oder 30, äh, 3000 Wiedergabezeitstunden mehr als gewöhnlich und auch mehr Abonnenten als normal. Und dann sieht man hier halt so die Standard-Statistiken. Hier unten sieht man dann nochmal für die letzten 28 Tage, welches die best performten Videos gewesen sind. Dann ist zum Beispiel das hier dieses Reaction-Video auf, ähm, ja, diese Kleider, also auf dieses teure Outfit oder diese teuren Outfits. Oder zum Beispiel, ähm, weiter unten sieht man hier das Depot-Update oder das, ähm, ja, das, äh, Tutorial für das Journal hier. Da freue ich mich übrigens riesig, dass das so gut ankommt und dass doch noch so viele Leute sich dieses Video reingezogen haben und dann dadurch auch jetzt ein Journal anfangen. Das bedeutet mir viel, das finde ich mega cool und, ähm, ja, wir werden zusammen ein Journal für 2020 machen und ich hoffe, äh, euch gefällt das, euch macht das Spaß und ihr werdet das beibehalten, weil mir hat das persönlich sehr viel geholfen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und ich nutze das ja auch immer noch, um mich persönlich immer weiter und weiter und weiterzuentwickeln. Ähm, kommen wir mal, äh, zum nächsten Tab, das ist die Reichweite. Ähm, hier sieht man dann auch so ein bisschen, okay, ähm, so viele Impressionen gab es in den letzten 28 Tagen und so weiter. Also jetzt alles die letzten 28 Tage, ähm, sieht man, wie das sich dann so splittet. Das ist vielleicht weniger interessant für die meisten, aber hier seht ihr so ein bisschen meine Stats, Engagement Rate, dann sieht man auch durchschnittliche Wiedergabezeit, ähm, knapp 8 Minuten oder so viele Wiedergabestunden hatten wir in den letzten 28 Tagen, also über 9000 Stunden und so weiter. Dann Zielgruppe, sieht man halt, wie viele Abonnenten man dazu bekommen hat, wie viele einzelne Nutzer das waren in den letzten 28 Tagen, äh, wie viele Videos im Durchschnitt die geschaut haben. Und jetzt kommen wir zum Umsatz und das ist, glaube ich, das interessanteste für die meisten, ähm, wie ich solche Videos halt kenne. Und da hatten wir jetzt in den letzten 28 Tagen 624 Franken und 14 Rappen. Der letzte Tag ist jetzt hier der 4. Januar, das ist immer so verzögert, ein bis drei Tage, je nachdem, wie schnell YouTube da unterwegs ist. Aber wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen die Historie des Kanals anschauen, ja. Ich habe ja auf diesem Kanal, ähm, im Sommer 2017 begonnen, ja. Das können wir uns mal kurz anschauen. Ich nehme jetzt einfach mal das ganze Jahr 2017, ähm, und wir gehen da jetzt von Jahr zu Jahr einfach durch, dass ihr da so ein bisschen seht, wie sich das entwickelt hat, ja. Ähm, hier haben wir den 31. So, übernehmen. Dann, äh, sehen wir, das wird jetzt hier so komisch angezeigt, aber, ähm, ist ja egal. Die Zahlen stimmen auf jeden Fall. Ich habe hier einen geschätzten Umsatz von 0,0002 Rappen. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe im ersten Jahr durch Werbeeinnahmen eigentlich nichts verdient, ja. Ähm, jetzt kommen wir aber zum Jahr 2018. Kann ich hier sogar einfach, glaube ich, reinschreiben. Ist noch einfacher. Ähm, so, jetzt nochmal. Wieso geht denn das nicht? Okay, das geht irgendwie nicht. Dann, äh, machen wir das manuell, ja. Kleiner Fail hier am Rande. So, der erste, erste 2018 bis zum, ähm, wo ist der 31. Das Scrollen geht ab und zu zu schnell. So, das wären jetzt, äh, das Jahr 2018 und ihr seht, ich wurde am, ich glaube, was ist das für ein Datum? Wird jetzt nicht angezeigt leider, aber, ähm, irgendwann mit, oder doch hier, jetzt wird es angezeigt, am 12. oder am 11., nee, am 12. Dezember 2018 wurde mein Kanal monetarisiert. Also, ziemlich am Ende des Jahres 2018. Und ich habe dann in diesen letzten, sage ich mal, knapp drei Wochen, ein bisschen weniger als drei Wochen, 44 Franken und 1660 Rappen eingenommen brutto, ja. Die wiedergabebasierte, äh, CPM war dazu mal, ist dann auch noch, ähm, acht Franken zwölf und, ähm, eigentlich ganz, ganz ordentlich schon. Man muss einfach bedenken und das ist enorm wichtig, ähm, dass es sich hier bei dieser wiedergabebasierten, äh, CPM um eine Zahl handelt, die halt brutto ist. Also, das heißt, ähm, ich bekomme nicht diese acht Franken zwölf pro tausend Aufrufe, sondern da ist noch ein Teil der YouTube, äh, sozusagen abbekommt, ja. Und das heißt, man kann das so ungefähr Daumen mal Pi durch zwei nehmen und dann kommt man halt eben auf, äh, vier, ja, vier Franken, oder vier Franken zehn oder so, äh, CPM für mich persönlich, das, was ich behalten kann. Aber das ist schon mal ganz ordentlich, ähm, für die ersten YouTube-Einnahmen, aber, jetzt, äh, kommen wir mal, und jetzt will ich das ein bisschen langsamer machen, dass man auch so ein bisschen auch verfolgen kann, wie sich das entwickelt hat, ja. Ähm, wir haben jetzt einfach den Januar, den klicken wir auch mal kurz an. Januar waren 31 Tage. Wir haben gesehen, 44 Franken 66 und im Januar sah das Ganze schon nochmal ganz anders aus mit 104 Franken 51, ja. Klar, das ist jetzt der erste ganze Monat gewesen, äh, aber dennoch war das jetzt deutlich mehr, ja, obwohl die Wiedergabe-basierte CPM deutlich, äh, niedriger gewesen ist. Das liegt einfach daran, ähm, weil halt trotzdem auch mehr Aufrufe da gewesen sind und ihr sehen auch hier, ähm, an einem oder respektive an zwei Tagen gab es einen richtigen Peak, vor allem an diesem hier, ja, wo ich an einem Tag einfach mal 15 Franken verdient habe. Mit der Zeit ist es natürlich auch immer weiter und weiter und weiter gewachsen, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch den Februar anschauen und der hat ja drei Tage weniger, ja, also, ähm, 28 Tage versus 31 Tage und auch im Februar hatte ich mehr verdient sogar als im Januar, okay. Das heißt, hier haben wir dann auch schon öfters Tage gehabt, wo wir über 10 Franken gehabt haben oder auch immer wieder mal Spikes gehabt haben und das ist natürlich immer weiter und weiter gestiegen, ähm, wenn wir dann jetzt zum Beispiel auch den Januar anschauen, äh, den März, sorry, den März anschauen, der Januar war ich ja schon, ähm, dann sehen wir auch hier über 200 Franken schon und die CPM ist weiterhin gestiegen und, ja, übers Jahr hinweg ist es immer weiter gestiegen und jetzt möchte ich euch einfach mal das ganze Jahr zeigen, ähm, weil das halt einfach relativ krass ist, ähm, 2019 einfach insgesamt und ihr seht, das war jetzt Anfang des Jahres, das war der kleine ausschlaggebende Peak, dann ging es hier immer weiter nach oben und wir haben insgesamt im Jahr 2019 vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 über Werbeeinnahmen 4.438 Franken und 88 Rappen eingenommen. Das ist natürlich enorm viel, in meinen Augen zumindest, für die Anzahl Aufrufe, ja, weil hier haben wir Aufrufe etwas mehr als eine halbe Million, ja, ähm, an monetarisierten Aufrufen und die wiedergabebasierte CPM war bei knapp 14 Franken, also schon deutlich, deutlich höher. Jetzt kommt aber das Interessante, äh, und wenn wir jetzt hier runter scrollen, dann sehen wir nochmal die einzelnen Zahlen, August 417, September 471 und so weiter und jetzt im Dezember 743 Franken in einem Monat. Im Januar wird es wahrscheinlich wieder absinken, weil ich halt auch nicht täglich ein Video mache, ähm, aber ihr seht, ähm, wie das so läuft. Dann sieht man auch, welche Videos am besten performt haben, das Portfolio Performance Video, Reselling Club, das, ähm, die beiden Videos mit dem Bernhard und so weiter und dann sieht man das hier hier unten. Das habe ich auch noch oft gefragt bekommen, wie viel Prozent ist durch YouTube Premium und, ähm, dabei handelt es sich um knapp zwei Prozent, die durch YouTube Premium, äh, dabei rumkommen. Das sind, äh, ja, Leute, die halt YouTube Premium haben. Ich habe selber YouTube Premium auch. Transaktionsumsatz, das sind, ähm, Spenden, ja, in den Livestreams. Da gibt es immer wieder mal ein paar nette Leute, die halt mal einen Euro in die Kaffeekasse, äh, reintun. Das, äh, finde ich mega cool, aber, ähm, hier steht es nochmal, super Chat. Muss man nicht machen, sage ich auch immer, aber ich bedanke mich natürlich trotzdem für die, äh, 5 Franken 68 und das ist tatsächlich das, was ich bekomme, schon abzüglich, ähm, dem Share, den sich halt, äh, YouTube abgreift, ja. Wenn wir jetzt allerdings, äh, und das finde ich viel interessanter, jetzt mal so die Monate anschauen, zum Beispiel den Monat November, ja, einen einzelnen Monat einfach, haben wir eine Wiedergabebasierte CPM von fast 18 Franken, 17, 18 Franken und das ist schon deutlich, deutlich höher als diese anfangs noch 7 bis 8 Franken, dann 13 Franken über das ganze Jahr verteilt, weil der Schnitt sich halt nach unten zieht, aber innerhalb eines Monats eine CPM von 17 Franken oder über 17 Franken ist schon krass. Darum sieht man halt auch, dass viele Tage über 20 oder knapp 30 sind, ja, oder insgesamt meistens über 10 Franken pro Tag halt reinkommt. Und wenn wir halt eben den Dezember nehmen, ähm, da war die CPM ziemlich ähnlich, sogar etwas niedriger bei 16 Franken, 62, also knapp 17 auch wieder, äh, aber die Aufrufe deutlich höher mit, äh, fast 80.000, äh, geschätzten monetarisierten Wiedergaben, ähm, und man sieht dann halt tatsächlich dann auch, dass halt eigentlich jeder Tag über 10 Franken gewesen ist, auf jeden Fall und wir da bei den Peaks sogar teilweise zwei Tage hintereinander oder hier nochmal 37 oder knapp 30 und hier nochmal 36, 28 und gegen Ende flacht das halt wieder so ein bisschen ab. Das heißt, ähm, das ist schon echt ordentlich, also damit bin ich mega zufrieden und auch mega dankbar, dass das so läuft und man muss, oder ich, man muss halt auch bedenken, ja, das Finanzrudel, also du, du, ja, ihr, die jetzt hier zuschaut, ihr habt diese Werbeeinnahmen sozusagen generiert, indem ihr die Werbung durchlaufen lässt, indem ihr sie skippt, allenfalls, äh, ankriegt oder was auch immer halt macht und, ähm, oder halt eben YouTube Premium halt auch einfach habt oder, ähm, eben in dem Sinn, das finde ich halt mega krass eigentlich, dafür, ähm, dass man eigentlich die Videos so oder so macht, dass man halt dann noch etwas dazu verdienen kann, ohne dass es jetzt wirklich großartig in meinen Augen stört, ja, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, von mir aus können alle den Adblocker nutzen, ich selber habe YouTube Premium, also ich habe damals sehr lange Adblocker benutzt, aber als YouTube Premium da rausgekommen ist, habe ich mir YouTube Premium geholt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich will eigentlich die ganzen Creator supporten und das heißt, wenn ich jetzt auf irgendeinem Kanal YouTube schaue, ähm, dann bin ich einer dieser Leute, die hier diese Einnahmen generieren und wenn ich mir halt denke, innerhalb eines Jahres 71 Franken durch YouTube Premium, äh, ja, YouTube User eingenommen, ist halt schon, ist nicht mega viel, aber ich sage mir halt, okay, das ist, wenn ich das so, äh, mal umrechne, dann ist das ungefähr 3, äh, nee, nicht 3, 6 Franken pro Monat ungefähr, ja, die durch YouTube Premium da so reinkommen und das ist eigentlich ganz, nicht schlecht, ja, also, sozusagen finde ich eigentlich ganz cool und, äh, wenn ich mir das so überlege, ist das genau das YouTube Premium Abo, was ich halt selber zahle, ist dadurch dann schon finanziert, ja, also irgendwie, äh, eine coole, äh, Denkweise, wenn man sich das so überlegt und ich bin mega dankbar, dass das so gut läuft und, äh, ich möchte euch jetzt einfach noch den Januar zeigen, da haben wir jetzt 4 Tage, ähm, bis am 4. Januar einfach, da waren es bisher schon 67 Franken und die Wiedergabebasierte CPM ist nochmal etwas niedrigerer, geworden, aber, jetzt machen wir ein kleines Rechenbeispiel, wir haben es ja gesehen, etwa 4.400 hatten wir jetzt ja im letzten Jahr, 2019, wenn wir jetzt diese 67 durch 4 rechnen und dann mal 365 machen, sollten wir Ende 2020 auf 6.100 Franken kommen an YouTube Werbeeinnahmen, wenn es so bleibt, wie bisher aufgrund dieser Zahl, die ich mir jetzt ausgerechnet habe. Ähm, wird spannend natürlich in einem Jahr dann nochmal darauf zurückzuschauen, ob das so gewesen ist, ob es mehr gewesen ist, ob es weniger gewesen ist allenfalls, das finde ich immer mega cool, wenn ich, äh, solche Videos habe oder Ziele, Blogbeiträge habe, wo ich dann genau schauen kann oder auch in meinem Journal, was habe ich wann erreicht, äh, habe ich Dinge früher erreicht oder habe ich Dinge erst 2-3 Jahre später erreicht, also das ist halt mega cool, dass man das halt so ein bisschen tracken kann, darauf zurückreferenzieren kann und das ist dann halt auch so ein Video, wo ich dann vielleicht einfach etwas darauf zurückreferenzieren kann und jetzt schauen wir uns einfach doch mal die letzten 90 Tage an, weil wenn ich diesen Wert ja habe, kann ich den ja theoretisch mal 4 rechnen, ähm, und dann müsste ich ja auch auf diese 6.100 kommen, mal schauen, was dabei rauskommt. Wir haben in den letzten 90 Tagen knapp 1.700, also sagen wir 1.650, ähm, Franken. Wenn ich jetzt diese 1.650 Franken mal, ähm, äh, 4 nehme, dann komme ich auf 6.600 Franken. Also es ist gar nicht unrealistisch, dass wir Ende 2020 auf ungefähr 6.000 Schweizer Franken an Werbeeinnahmen kommen und da bin ich schon gespannt, wie das so laufen wird, ähm, wird sehr spannend, ich werde natürlich immer wieder, ähm, darüber berichten. Ich hoffe, ihr konntet jetzt in diesem Video halt, ähm, was mitnehmen, was daraus lernen oder vielleicht auch Input, äh, daraus ziehen für euren YouTube-Kanal, wenn ihr einen macht oder einen machen wollt oder einfach so ein bisschen seht, okay, was kommt über Werbeeinnahmen überhaupt rein oder was für Möglichkeiten gibt es, mit YouTube-Werbeeinnahmen überhaupt Geld zu verdienen und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal gezeigt habe, schauen wir das uns nochmal ganz kurz, äh, für den Schluss an. Einfach hier das Dashboard insgesamt, habt ihr nochmal eine ganz schnelle Übersicht, 2019 haben wir 583.000 Aufrufe gemacht, was einfach unglaublich ist, ja, ähm, Wiedergabezeit 7.200, äh, äh, 72.250 Stunden, ja, also rechnen wir das mal kurz aus, nochmal kurz, ähm, durch 24, ähm, das sind schon mal 3.010 Tage, dann, äh, durch, ähm, 365, das sind 8,24 Jahre, die ihr geschaut habt in Videos innerhalb eines Jahres, das ist einfach bombastisch. Abonnenten sind fast 5.000 Leute dazu gekommen, das sieht man hier, gab es Anfang des Jahres richtig einen Peak, ähm, und gegen Ende des Jahres ging es auch nochmal ein bisschen nach oben, aber ihr seht, es ist sehr, äh, regelmäßig im Moment und hier eben nochmal der geschätzte Umsatz, man sieht halt deutlich, dass es gegen Ende ja immer mehr und mehr und mehr wird. Je mehr halt da so hellblauer Fläche ist, umso mehr habe ich halt schlussendlich verdient, äh, in den Zeiträumen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch so ein bisschen aufgeklärt, wie das so läuft hier auf YouTube, wie viel ich mit meinem YouTube-Kanal in Werbeeinnahmen eingenommen habe, wie so meine Statistiken aussehen. Ich hoffe, das bringt euch irgendwas oder hat eure Neugierde gestillt. Ähm, ich würde mich super freuen, wenn ihr in den Finanzrudel Community Club kommt, der Link ist unten in der Videobeschreibung oder einfach finanzrudel.ch slash club. Da tauschen wir uns sehr gut aus und es sind mega viele Schweizer auch am Start, rund die Hälfte der Mitglieder, mittlerweile über 1100, sind Schweizer. Das heißt, hier könnt ihr auch sehr spezifische Fragen über Schweizer Depots, Schweizer insgesamt Steuern, 3A-Säulen und so weiter. Einfach Fragen stellen, wie es so läuft hier in der Schweiz. Es wird sehr viele Leute geben, die halt mit oder aus Erfahrung sprechen können und euch da Input liefern können. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst aber nicht, meine Lieben, den Channel hier unten abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen und die Glocke zu betätigen. Ja, würde mich super freuen und ansonsten bis dahin, tschö Leute. Bis zum nächsten Mal.